Harry sagt guten Morgen, heute am 5. Juli 2017, 9 Uhr genau. Wir haben 25 Grad, keinen Wind, keine wenig Wellen, aber auch nicht so viel Sonne. Wir haben Wolken. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist ein Taucher hinten im Wasser. Ja, und wenn Sie auch mal hier leben, wohnen möchten, Mieten kaufen, www.check7x24.com So, und mit diesen Bildern sagen wir Tschüss. Danke. 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 Danke.